Hallo und willkommen bei Watchmax's Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Diese Woche war ich bei Guinan, um neue Uhren filmen zu können und heute zeige ich die neue Guinan Starfighter Pilot 2. Eine Uhr, die mir unglaublich gut gefällt. Mir hat schon die Pilot 1 Starfighter Pilot 1 sehr gut gefallen. Aber mit 43 mm war sie mir etwas zu groß am Handgelenk. Die jetzige Version ist nicht nur viel schöner und passender an meinem Handgelenk. Sie hat auch schon das neue Gehäuse, was deutliche Verbesserungen bringt im Vergleich zu dem bisherigen Gehäuse. Übrigens, das neue Gehäuse wird das Standardgehäuse werden und zukünftig in allen Uhren der Serie 40 verbaut werden. Finde ich klasse, denn das Gehäuse ist doch in vielen Punkten wesentlich besser. Aber schauen wir uns doch mal die Wasser an. Die neue Starfighter Pilot 2 hat einen Durchmesser von 40,6 mm, hat ein entspiegeltes Saphirglas auf der Frontseite, einen Bandanstoß von 20 mm und eine Bauhöhe von 15,7 mm. Lack-to-Lack hat sie 48,7 mm und wiegt ohne Band 92 Gramm. Verbaut ist das Selita SW510A in der Top-Variante. Und neu sind die Schnellwechselstege. Ich glaube, das ist die erste Uhr, bei der genau das einführt, was den Bandwechsel doch wesentlich vereinfacht. Die Uhr ist selbstverständlich, wie man erkennen kann, der Starfighter Pilot 1 angelehnt, aber hat doch eine ganze Reihe von Verbesserungen. Das ist zum einen die Lünette, die etwas anders ist, das Gehäuse als solche, die Abdichtungen, die Krone, die Drücker. Aber überall gibt es Aufwertungen. Bevor ich dazu im Detail komme, schauen wir doch mal, wie die Uhr an meinem 17 cm Handgelenk sitzt. Wenn ich jetzt hier ein paar Spiegelungen habe, liegt es daran, dass ich die Aufnahmen nicht bei mir zu Hause gemacht habe, sondern bei Guinan und meinem Lichtzelt nicht dabei hatte. Aber ich glaube, für einen ersten Eindruck Hands-On reicht das völlig. Und hier könnt ihr sehen, dass diese Uhr für mein Handgelenk wie gemacht ist. Ich finde sie richtig toll. Bicopax finde ich sowieso klasse und auch die horizontale Anordnung. Mir gefällt die Uhr wirklich, wirklich gut. Die Lünette ist jetzt rastend, also nicht mehr eine Lünette, die nur auf Reibung basiert, sondern sie rastet sehr sauber und das Ganze ist realisiert mit kleinen Stahlkugeln unterhalb der Lünette. Ich zeige euch das gleich noch mal im Detail. Jetzt schauen wir uns noch mal ganz kurz an, wie die Zeiger gesetzt sind. Denn auch das wollten einige von euch gerne sehen, auch wenn es eine Präsentationsuhr ist. Selbst bei dieser Uhr, die im Showraum liegt, sind die Zeiger 100% sauber gesetzt. Wirklich absolut in Ordnung und nichts daran auszusetzen. Eine Sache noch, ich kann euch in diesem Video leider keinen Nightshot zeigen, weil ich es nicht so abdunkeln konnte. Die Schwarzlichtbox bei G9 ist etwas schwierig zum Reihenfilmen, aber ich kann euch sagen, verbaut ist die Leuchtmasse X1-C3. Also die hellste, langanhaltendste und beste Leuchtmasse, die aktuell auf dem Markt zu haben ist, ist in dieser Uhr verbaut. Ja, was gibt es für Neuerungen bei der Uhr? Abgesehen davon, dass sie im optischen Erscheinungsbild exakt so aussieht, wie die bisherigen Serie 40 Modelle bzw. eine herunterskalierte Starfighter Pilot 1, ist das Gehäuse eine grundlegende Neukonzeption, was sich an unterschiedlichsten Punkten zeigt. Auch wenn die Lünette, wie man hier sehen kann, sich in keinster Weise von den bisherigen Serie 40 Modellen unterscheidet, ist es doch eine ganz andere Lünette. Es ist eine Lünette aus Edelstahl, das heißt keine zweiteilige Lünette mit einem Edelstahlring und einem aufgeklebten oder aufgepressten Aluminium-Inlay, sondern eine vollmassiv Edelstahl-Lünette, die schwarz-hartstoffbeschichtet ist und damit ausgesprochen haltbar und kratzresistent. In die Lünette sind kleine Ausfräsungen gefräst und im Gehäuse liegen drei Kugeln, auf die die Lünette aufgesetzt wird und dann sehr sauber rastend sich drehen lässt. Ich lasse es euch mal hören. Das Rauschen im Hintergrund kommt übrigens von der Lüftung. Genon hat ein Lüftungssystem coronabedingt installiert und das Rauschen lässt sich leider nicht abstellen, sodass es hier wirklich der Ton nicht so berauschend war. Er war rauschend, aber nicht berauschend. Die Uhr ist wie gewohnt bei Genon sehr sauber, sehr klar, sehr strukturiert gearbeitet. Die Krone hat jetzt zwei Dichtungen, nicht mehr eine, wodurch die Krone auch im aufgeschraubten und gezogenen Zustand dicht ist. Die Drücker haben einen anderen Tubus bekommen. Bei einem runden Tubus kann es passieren, wenn der Drückermechanismus im Gehäuse verschraubt, aber nicht mit Schraubenkleber gesichert ist, dass man die Drücker versehentlich rausschrauben kann. Nicht genau spezifisch betrifft alle, die dieses Konzept anwenden. Jetzt sind die Drückertuben eckig, sodass sich die Drücker nicht mehr versehentlich verschrauben lassen und ein versehentliches Herausschrauben der Drücker nicht mehr möglich ist, selbst wenn der Uhrmacher, ob Freier oder sonst jemand, eventuell einmal den Schraubenkleber vergessen hat. Ja, also wenn ich mir das alles angucke, Edelstahl-Lünette, rastende Lünette, übrigens, man kann die Kugeln auch rausnehmen, dann hat man eine nicht rastende Lünette wie vorher gelagert auf drei Kugeln, sodass sich die Lünette auch nicht verkantet und nicht wackelt. Dreifache Kronendichtung, sodass sie auch im gezogenen Zustand dicht ist. Neue Drückertuben, neue Dichtungen. Die Dichtungen sind FKM-Dichtungen, bekannt unter dem Handelsnamen Vuitton. Auch hier eine Aufwertung der gesamten Uhr und ein qualitativer Sprung nach oben. Wirklich richtig toll und am schönsten finde ich, dass man es der Uhr von außen gar nicht ansieht. Es ist eine ganz klassische Uhr in einem klassischen Serie 40 Gehäuse, aber qualitativ ein großer Schritt nach vorne und das finde ich wirklich klasse. Ich gehe davon aus, dass diese ganzen Verbesserungen unter Umständen nicht zum gleichen Preis zu haben sind wie vorher, aber ich gehe nicht davon aus, dass es einen exorbitanten Preissprung gibt. Aber das, was hier reingesteckt worden ist, ist zum einen Arbeit und zum anderen Versuch, ursacht es auch Mehrkosten mit der eckigen Tubenführung, mit den teureren Dichtungen. Hier übrigens im direkten Vergleich die Stabhalter Pilot 1 mit 43 mm und daneben die Pilot 2 mit 40,6 mm. Beide Uhren übrigens bis 200 Meter wasserdicht und selbstverständlich beide auch lange nachtleuchtend. Hier könnt ihr nochmal im direkten Vergleich sehen, wie ähnlich die Uhren sind, wie wenig sich das Gehäuse sowohl in der Serie 40 als auch in der 43 mm Variante verändert hat. Aber was Haltbarkeit, Wartbarkeit und auch Zuverlässigkeit betrifft, ist das neue Gehäuse ein großer Sprung nach oben und alle die, die gerne rastende Lünetten haben, werden auch jetzt mit dieser Uhr zufrieden sein. Besonders schön finde ich, dass man die Kugel noch rausnehmen kann und wer es mag, dann auch eine nicht rastende Lünette hat. Übrigens sind diese Neuerungen, die Kronendichtung, die neuen Dichtungen im Gehäuse, die eckigen Tuben für die Drücker, abwärtskompatibel. Es lässt sich also alles das auch in die vorherigen Serie 40 Modelle einbauen. Aber es lohnt sich eigentlich nur, wenn man die Uhr zur Revision gibt. Denn solange eine Uhr sauber läuft, keine Probleme macht, besteht aus meiner Sicht kein Grund, das ändern zu wollen oder ändern zu müssen. Wenn aber die Uhr sowieso geöffnet werden muss, dann bietet es sich an, eventuell über diese Upgrades nachzudenken. Ganz charmant fand ich übrigens, dass Ginnon die neuen FKM-Dichtungen farblich markiert hat. Die sind jetzt alle rot, sodass man sie wirklich von den alten unterscheiden kann. Andere Hersteller machen es in grün. Ginnon hat jetzt in den neuen Uhren, in dem neuen Gehäuse, nach dem neuen Konzept, rote Dichtungen. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, was ihr denkt, ob euch die Uhr gefällt. Mir gefällt sie super gut. Und bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren und freut euch auf meine nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.